Schwanz im Mund? Genau. Okay. Schwanz im Mund. Schalt die Fresse, Mann. Was hat denn für hässliche Probleme, Mann? War deine Mutter bei der Geburt Punchy Jump oder was? Ja. Das ist sogar verboten in irgendeinem Land. Weiß noch nicht wo. Jetzt komm, auf. Okay. Drei. Zwei. Eins. Hallihallo Minecraft-Freunde. Mein Name ist Arne und ich gehöre mit dem Tobi. Hallo. Dem Dari. Hi. Dario eigentlich. Und dem Benjamin. Kurz Ben. Zu der YouTuber-Gruppe Pure Gaming Chaos. Und ja. Du darfst den Sepp nicht vergessen. Der Sebastian gehört auch noch dazu. Der heißt in Minecraft Sepp Games. Der ist nur leider gerade nicht dabei, weil... Weil warum? Und wir haben hier ein explizites Ziel in diesem Video. Und zwar wollen wir uns mit diesem Video beim Ultra-Projekt, das gestartet wurde vom Dom The Play. Genau, da wollen wir uns bewerben. Mit, 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 mit unserem Kanal, dass wir da mitmachen. Und zwar machen dann auch alle von unserem Kanal mit. Das heißt auch der Sepp, also Sebastian, der macht damit auch, obwohl er jetzt gerade verhindert ist. Also bei der Bewerbung macht er mit. Ähm, ja, also er ist sozusagen dabei, wenn wir dann rein theoretisch angenommen werden würden. So, wir haben uns, ähm, das Video angeschaut. Also es ist den ersten Part auch gleich. Und das Ultra-Projekt ist ja... Viele denken, das ist eigentlich eine billige Abkupferung von, von Megaprojekt, den andere, das andere YouTuber gestartet haben. Ähm, ich finde beide Projekte wirklich gut. Ich, äh, habe auch, äh, schon beide Parts auf Dom The Play, also auf dem Kanal geschaut. Und, ähm, ich finde, äh, ich finde, solche, solche riesigen, äh, Video-Gemeinschaften finde ich generell ziemlich, ziemlich geil. Weil damit einfach die YouTuber-Gruppen aufgehoben werden und auch kleinere YouTuber eine Chance haben, äh, gerade in dem Ultra-Projekt jetzt, ähm, mitzuwirken. Das finde ich vor allen Dingen sehr gut, weil YouTube hat sich einfach so verändert, dass kleinere YouTuber einfach es extrem schwer haben, größer zu werden. Auch wenn sie noch so gut sind und noch so eine tolle Bild-Quali oder Ton-Quali oder so haben und sich echt Mühe geben. Es ist einfach schwer, weil es einfach mittlerweile so viele YouTuber oder gerade Let's Player gibt in YouTube. So, was habt ihr denn jetzt noch sozusagen? Der Tobi fängt einfach mal an, der Tobi darf jetzt sagen. Der Tobi fängt einfach mal an. Ähm, ich könnte jetzt natürlich... eine Menge erzählen, aber ich hab gar nichts zu erzählen, so... Ich würd mich auf jeden Fall mega freuen, wenn unsere Bewerbung hier angenommen wird. Bitte. Ich... Ja. Fänd das... Dari, gerne mal aufhören. Ich fänd das richtig cool. Und... Benjamin lacht schon. Genau. Benjamin ist der Kanacke unter uns. Ah, Arne ist der Schwule unter uns. Und der Dari ist der Ginger unter uns. Der Dari, hast du... Hast du aber noch was zu sagen? Ich? Der Dube. Ja? Nö, ich hab eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich bin vollkommen Tobis Meinung. Also, wir wären jedenfalls alle sehr, sehr, sehr gern bei dem Projekt dabei und würden uns echt freuen, weil es einfach eine wirklich große Chance für uns wäre, einfach mal auch was zu erreichen auf YouTube und mal ein bisschen mehr Community zu kriegen. Und, äh, genau. Wir machen das alles, also wir machen's alle. Wir haben mit dem Let's Play angefangen. Wir hatten alle mal unsere eigenen Kanäle, also ein paar von uns, beziehungsweise Sebastian, ich, also Arne und, ähm, der Benjamin, der in Minecraft Twist heißt. Ich kann ja mal F1 drücken, eigentlich dann. Hoppala. Ja, Jolo. Arne macht hier alles kaputt. Was? Ja, Jolo. Was wird ihr schon die ganze Zeit machen? Ich hab F1 gedrückt und jetzt hab ich das alles, jetzt hat sich das alles erst rebooted, sozusagen. Jetzt hat sich das alles erst rebooted. Ach, du hast den ganzen Scheiß, den wir in der Zwischenzeit gemacht haben, gar nicht mitgesehen. Nee, hab ich nicht. Oh. Hab ich echt nicht. Ach, schade. Ich glaub, ich muss mal wieder F1 drücken. Ich glaub, das war's. Also auf jeden Fall, das hier ist der Dario, MaggiFix. Hallo. Genau, also hier, MaggiFix. Ey, stellt mich mal alle auf eure Plätze, wir stellen uns das Einzelnen vor, ich geh jetzt zu Einzelnen hin. Dario, äh, ist, äh, MaggiFix und hat, äh, das Wort auf Seefe in der Hand. Genau. Sag mal was, was, wie, äh, wie bist du sozusagen dazu gekommen hier, wieso macht's dir Spaß hier YouTube-Videos zu machen, Let's Plays und so. Ja, wir haben alle uns mal gedacht, ja, wir könnten ja mal einen Kanal zusammen machen und da hab ich gesagt, ja klar, probier uns das doch mal aus und, ja, es macht mir Riesenspaß. Relativ spontan. Ja, es macht mir Riesenspaß und, ja. Deswegen haben wir weitergemacht, würde ich mal sagen, ne? Ja, und stehen jetzt bei 34 oder 35 Abonnenten, was eigentlich schon eine ganz gute Leistung ist für 300 oder 400. Wir haben knapp 100 Videos, also ich weiß jetzt nicht, wie viele auf öffentlich geschaltet sind, weil wir auch so, ähm, manche, ähm, Intros und so einfach hochgeladen haben, die aber nicht auf öffentlich geschaltet sind. What the fuck? Und, ähm, genau, wir sind mit Leidenschaft dahinter. Kannst du mal aufhören. Und, genau. Ich bin übrigens der Tod. Schön. Äh, ja, der Tobi, also hier, äh, The Topes in Minecraft, kann man sich schon denken. Und, genau, wir haben uns dazu, also, es war relativ spontan, wir haben uns bei nem... Hör jetzt auf, Alter! Papierst du doch auf den Platz, Mann! Alter, lass das doch mal bitte! So. Also, wir haben uns relativ spontan dazu entschieden. Kommst du wieder hoch? Tobi? Ich komm gleich, ich komm gleich. Macht doch euch an mich keine Sorgen. Und zwar bei nem MB2-Spiel haben wir uns dazu entschieden. Muss ganz ehrlich zu sein. Der Twist ist erst später dazu gekommen. Den haben wir kennengelernt. Der, der die ganze Zeit Scheiße baut. Tschüss. So. Und, genau. Und, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, gar nicht, was wir noch so weiter sagen sollen in dem Video. Ah, er wird kremen Blöcke, bogema. Was? Ja, hallo, ich bin der Benjamin. Danke. Ja. Genau, und, ja, ich glaub, das war's eigentlich schon. Wem mehr haben wir nichts zu sagen. Wir würden uns auf ne Antwort freuen. Und, auch wenn, auch wenn das heißt, nein, irgendwie ja nicht, ähm, äh, würden wir uns trotzdem gerne auf ne Antwort freuen, dass wir wenigstens wissen, dass ihr uns beachtet habt, um's mal ganz blöd zu sagen. Okay, danke, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.